Optionskriechen, du verstehst nur Bahnhof? Kein Problem, in diesem Video erkläre ich euch den wichtigsten Optionskriechen, das Delta, ganz einfach. Vorweg ist es ganz wichtig zu wissen, dass bei den Optionskriechen Delta, Gamma und so weiter immer von der Optionskäufersicht ausgegangen wird. Sprich, ich kaufe eine Option und was passiert dann, wenn XY mit dem Optionspreis oder mit einem etwas anderen, zum Beispiel Restlaufzeit, passiert? Das Delta gibt an, was passiert mit dem Optionspreis, wenn sich der Kurs des Underlyings um 1 Dollar, wichtig um 1 Dollar, sich verändert und nicht um 1%. Nehmen wir als Beispiel einfach eine Aktie, die steht gerade aktuell bei 100 Dollar. Wir haben auch eine Put-Option mit einem Delta von minus 0,1. Jetzt steigt die Aktie um 1 Dollar, sprich von 100 auf 101, dann wird der Optionspreis dementsprechend um 10 Cent günstiger, weil ja das Delta minus 0,1 ist. Genau andersrum wäre es bei einer Call-Option. Nehmen wir wieder die gleiche Aktie, die steht bei 100, steigt jetzt auf 101. Da bei einer Call-Option, die sind immer positiv die Deltas, weil wie gesagt es immer aus der Optionskäufersicht gesehen wird. Wenn jetzt eine Delta-Option beispielsweise 10 Cent ist, dann würde der Optionspreis dementsprechend um 10 Cent ansteigen. Hier seht ihr die Optionskette. Übrigens könnt ihr euch zu jeder Option auch das passende Delta anzeigen lassen. Nehmen wir einfach mal als beispielsweise eine Option mit Delta von 0,50. Dazu sagen übrigens auch Profis wie ich Delta 50. Übrigens ganz wichtig ist, dass das Delta nicht immer gleich bleibt. Sprich, das Delta verändert sich immer wieder. Warum? Weil natürlich auch der Kurs des Underlyings steigt oder fällt und auch andere Parameter wie Restlaufzeit und Co. Einfluss auf das Delta haben. Übrigens ein Tipp vom Profi mit dem Delta lässt sich auch anzeigen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Option am Ende der Restlaufzeit im Geld landet. Nehmen wir mal einfach ein Beispiel, wieder eine Aktie von 100 Dollar, nehmen wir ein Delta von 99, sprich das wird irgendwo bei 10 oder 20 liegen der Strikepreis. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende der Laufzeit die Option im Geld landet sehr, sehr hoch, weil wenn es nicht im Geld landet, müsste ja der Aktienkurs von 100 Dollar auf unter 10 oder 20 Dollar fallen. Machen wir noch ein anderes Beispiel. Nehmen wir wieder unseren Aktienkurs von 100 Dollar. Ich kaufe jetzt eine Option mit einem Strikepreis von 100 Dollar ebenfalls und jetzt fällt, 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 fällt die Aktie beispielsweise auf 10 Dollar. Ich habe ja die Option gekauft mit einem Strikepreis von 100 Dollar. Am Ende der Restlaufzeit hat es eine Wahrscheinlichkeit von 0 Prozent, dass die Option im Geld ist. Und zuletzt machen wir den Balanceakt. Wir nehmen wieder unseren Aktienkurs von 100 Dollar und haben jetzt eine Option, ebenfalls bei 100 Dollar den Strikepreis. Dann spricht man hier von einem Delta 50. Warum? Weil es genau eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, dass am Ende der Restlaufzeit die Option im Geld ist. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit genau gleich hoch ist, dass die Aktie 1 Dollar steigt oder auch 1 Dollar fällt. Ich würde sagen, dass die Aktienkursziellte nicht mehr hoch ist, dass die Aktienkursziellte nicht mehr hoch ist, dann schnaht die Aktienkursziellte nicht mehr hoch ist. Wenn wir das ganze Zeit nicht mehr hoch sind, dann kommen wir die Aktienkursziellte nicht mehr hoch und sterben, dann wir uns gleich hochzeichen. Vielen Dank.